Hallo ihr Lieben, ich habe viel zu erzählen. Willkommen in meiner vierten und damit letzten Woche im April. Ich habe noch ein neues hübsches Sparspiel gekauft von der lieben Budget Birdie. Ich zeige es euch dann. Und ja, es ist super schön. Kommt noch, wenn es soweit ist. Und ja, leider ist meine lukrativste Handy-Spiel-Spar-App gecrasht. Dazu komme ich auch, wenn es soweit ist. Ja, ja. Und ich habe gestern mein Kindle kaputt gemacht. Aber das gehört eigentlich in den Mai, weil heute ist schon der dritte. Das werde ich euch also wahrscheinlich im Mai erzählen. Außerdem habe ich noch keinen gekauft, deswegen ist das jetzt nicht relevant. So, starten wir nicht im April, sondern im Mai. Ich habe es schon schön ein bisschen vorbereitet. Ich habe diesmal alles hingeschrieben und was vergessen. Aber ich dachte, das sparen wir ein bisschen Zeit. Ich habe mich für dieses indische Motiv entschieden. Das, das und das gab es zusammen mit noch irgendeinem anderen Washi-Tape beim Teddy. Diese und diese Sticker. Doch, und der und der und der. Die sind aus diesen, warte mal, aus dieser riesengroßen Packung mit Stickern, die so ein bisschen durchsichtig sind. Die sind so wie Washi-Tape. Und ja, habe ich euch, glaube ich, verlinkt unter Neues-Sticker oder Washi-Tape-Sticker. Ich weiß es nicht. Ich habe es euch auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Und ja, hier haben wir quasi Deli und hier einfach eine blaue Blume, weil ich dachte, die passt ja gut dazu. R-Mail. Dann wollte ich unbedingt dieses, nennen wir es mal Einhorn. Und genau, das ist quasi, ich kann es gar nicht lesen. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, was für eine Schrift das ist. Eventuell habe ich mich völlig vertan, was den Ort angeht. Ist aber wurscht. Ich fand es schön. Und das ist einer dieser, ähm, Washi-Foggi-Sticker aus meiner Wish-Bestellung. Ich habe jetzt auch gesehen, ich hatte euch bei Wish bis jetzt nur verlinkt meinen Coupon-Code. Ich habe jetzt quasi einen Link, wo ihr euch die App runterladen könnt. Und wenn ihr die noch nicht habt, bekommt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, 5 Euro geschenkt für eure Bestellung. So, alles verlinkt. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles Relevante gesagt. Genau, ich habe es schon mal vorgetragen. Und dann habe ich hier so ein kleines Ding gemalt. Und dann ist das hier, ich hätte auch einfach sagen können, es ist Kunst. Aber, ja, leider ist das hier ein Streifen, weil ich dann mit der Hand drüber gekommen bin. Naja, und die habe ich vergessen. Ich habe tatsächlich in der letzten Aprilwoche Amazon-Einnahmen gehabt. Aber die sind eh nur theoretisch deswegen. Ja, ist jetzt zu spät. Die habe ich aber auch erst heute Morgen entdeckt, weil ich nochmal bei Amazon war. Wir legen jetzt los. Ja, ich habe alles vorbereitet, damit wir mal ein bisschen Zeit sparen. Aber wir haben dann sehr viel Zeit für diese schönen Spiele. Und da freue ich mich schon drauf. Das ist momentan irgendwie mit das Wichtigste, dass ich ein bisschen spielen kann. Ja, die Ausgaben halten sich grundsätzlich in Grenzen. Aber eigentlich habe ich immer 1000 Euro ausgegeben. Und ich habe es nicht zusammengerechnet. Bin ich blöd? Warum bin ich so schlecht vorbereitet? Warum bin ich so schlecht vorbereitet? Naja, gut. Erstmal, Lebensmittel haben wir ausgegeben diese Woche 99,90 Euro. Beziehungsweise ist das Lebensmittel und Drogerie. Und haben jetzt noch im Topf 2,71 Euro. Ich habe meinem Spatze, als ich ihn einkaufen geschickt habe, gesagt, er hat 20 Euro. Er hätte 22 gehabt. Aber wenn ich Pech habe, kauft er da manchmal noch Würstchen oder irgend so einen Spaß. Und deswegen, ich wollte ja nicht, dass wir ins Minus gehen. Ja, unter Sonstiges habe ich für 6,55 Euro das schöne Sparspiel gekauft. Two Dice. Ich zeige es euch dann noch. Und im Topf habe ich noch 33,95 Euro. Ich meine, Sonstiges ist ja sowieso nur mein Topf für, wenn mal irgendwas Schlimmes passiert. Und für Arbeitsmaterial. Ich dachte, ich hätte mir das ausgerechnet gehabt. Ich weiß nicht, was da bei meiner... Ich weiß, ich wollte es. Naja. Ich habe 928,13 Euro ausgegeben. Ich glaube, 500 davon ist Porto. Davon kann ich jetzt im Mai noch eine ganze Ecke zehren. Aber es geht halt trotzdem ins April-Budget. Okay. Und insgesamt habe ich den Topf überzogen und bin bei minus 1588,15 Euro. In Anbetracht dessen, dass hier 200 Euro im Arbeitsmaterialtopf waren, heißt es, ich habe im April ausgegeben 1788 Euro für Arbeitsmaterial. Näheres dazu dann aber im Monatsrückblick, der hoffentlich am Sonntag kommt. Ich habe zumindest vor, den heute noch zu drehen. Mal gucken, ob das was wird. Meine Stimme ist nämlich immer noch ein bisschen belegt. Und ich habe mir Bücher gekauft. Das ist ja jetzt quasi keine Variablekosten, sondern einer meiner Spartöpfe. Aber ich führe es trotzdem mit auf, weil ich das ausgegeben habe. Und habe jetzt 9,56 Euro im Topf. Da kommen heute aber noch 10 Euro dazu. Ich will mir ja irgendwann mal wieder neue Bücher kaufen. Also das hier waren zwar E-Books. Aber trotzdem, ich muss jetzt das noch ausrechnen, weil ich das irgendwie nicht getan habe. Aus Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Ich habe eigentlich gestern hier ganz fleißig Zettel geschrieben mit meinem Wochenrückblick und mit meinem Monatsrückblick. Naja, aber insgesamt war es halt schon ein bisschen viel. Ja, also theoretisch haben wir diese Woche 120 Euro ausgegeben, was ich wirklich als sparsam bezeichnen würde. Um mich da mal weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ja, eines Tages werde ich mal das Arbeitsmaterial herausrechnen. Aber das Ding ist, ich bräuchte quasi mal einen Spartopf für Etsy. Den muss ich irgendwie mal die nächsten Monate anlegen, aus dem ich dann quasi das bezahlen kann, damit es dann nicht mehr meine variablen Kosten ist. Aber das Ding ist, wenn ich halt im Monat mal mit Etsy Minus mache, dann muss ja das Geld irgendwo herkommen. Und das kommt dann logischerweise irgendwie aus meinem Budget. Und deswegen nehme ich das weiterhin mit auf. Es sieht dramatisch aus. Ich weiß, es sieht dramatisch aus. So, kommen wir zu unseren Einnahmen. Hier hätte ich vor allen Dingen noch Platz gehabt, aber naja, es ist manchmal so, wie es ist. Handy-Apps, ja. Handy-Apps. Ich habe diese Woche nur 11,18 Euro verdient. Es wären 51,18 Euro gewesen. Und ausgezahlt habe ich mir 6,55 Euro. Es wären 46,55 Euro gewesen. Und meine lukrativste App ist ja Cashm-On. Da haben letztens auf meinem Video vom Sonntag ganz viele draufgeklickt. Also es ist jetzt schon anderthalb Wochen her, das Video. Und ich hatte dann relativ schnell die Coins zusammen für 20 Euro. Habe ich mir die auszahlen lassen. Und normalerweise zahlt Cashm-On bei mir immer am nächsten Tag. Ich habe ja mit Cashm-On, glaube ich, 160 Euro verdient in zwei Monaten oder so. Oder in zweieinhalb Monaten. Kam aber nicht. Und da habe ich dann irgendwann mal ein Ticket geschrieben und nachgefragt. Und da kam bloß die Antwort, kann länger dauern. Und dann hatte ich wieder die 20 Euro zusammen. Das ging echt fix letzte Woche. Und da habe ich gedacht, gut, dann machst du halt mal Amazon-Gutschein. Ne, statt Amazon machst du Paypal. Und da habe ich mir 13,50 Euro auszahlen lassen. Dann hat er ein bisschen gearbeitet. Und plötzlich hat er alles auf Null gesetzt. Ich habe Null Coins. Ich habe, gut, die Freundin hat es sowieso schon länger nicht mehr abgedatet. Ich habe Null, Null, Null. Und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Egal welches Spiel ich jetzt neu installiere und spiele, ich bekomme keine Punkte mehr dazu. Dementsprechend ist diese App leider gecrashed. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, habe ich euch zu viel versprochen. Auf der anderen Seite, ich habe mit dieser App 160 Euro verdient. Das ist jetzt nicht nichts. Man kann jetzt nicht sagen, die App hat zu viel versprochen. Es ist trotzdem Geld, was man mit relativ wenig Aufwand bekommen hat. Aber ich bin doch traurig, weil das können 40 Euro mehr sein. Vor allem, weil ich mein Handy-App-Geld ja stecken möchte in Trade Republic. Da packe ich ja jetzt jeden Monat 100 Euro drauf und habe damit ein paar Sparpläne laufen und möchte mir ja mit meinem Handy-App-Geld. Das ist übrigens Adapol, was ich mir habe auszahlen lassen. Weder Cash-Alarm noch Pulp... Nein! So, jetzt hat die Katze hier gerade ihre Einrichtung und meine Einrichtung zerstört auf ihrer Treibjagd. Auf jeden Fall sind das natürlich 40 Euro, die mir einfach ein bisschen wehtun. Aber auf der anderen Seite, es war halt auch relativ passives Geld. Und so, dazu kommt noch, dass ich jetzt im Mai, die erste Mai-Woche werde ich wahrscheinlich noch weniger. Naja, wobei ich kriege vielleicht Polpay die 25 Euro voll. Fakt ist, unser Internet ist alle. Wir haben ja so ein Gigacube. Also wir hatten hier eigentlich... Wie heißt das denn? Primacom. Das heißt, hier ist Pure. In anderen Bundesländern heißt es anders. Die haben die Kabel hier bei uns im Vortil. Und du kannst quasi nur über diese Scheiß-Forma Internet kriegen. Und ja, die haben immer mal... Wir hatten ja in den letzten Jahren viele Probleme. Und da war mal ein Tag das Internet weg. Dann waren mal ein paar Wochen das Internet weg. Dann waren zwei Monate das Internet weg. Jeden Tag angerufen, nach ein paar Wochen kam mal ein Techniker. Leute ohne Internet. Wie gesagt, das ist jetzt schon, ich glaube, auch ein paar Jahre her. Aber es war nicht schön. Und ich meine, als Lehrer brauche ich das Internet auch. Nicht nur als YouTuber. Naja. Oder als Mensch. Und wir sind dann... Wir haben uns aus diesen... Nein, jetzt ist aber mal gut. Wir haben uns aus diesem Vertrag mehr oder weniger rausgeklagt. Also, dass wir den vorzeitig kündigen können. Und wir haben jetzt halt einen Gigacube quasi von Vodafone. Das bieten jetzt auch andere an. Auf jeden Fall ist das quasi über eine Karte. Und wir haben für 45 Euro, und das ist schon relativ teuer, 250 Gigabyte im Monat. Da ist aber auch... Ich glaube, die Telekom bietet das auch an. Und... Naja, diese Gigacube... Also diese... Immerhin ist das Ding transportabel. Also wenn wir in den Urlaub fahren, können wir das Ding einfach mitnehmen und dann die Karte reintun. Und haben dann quasi immer vor Ort Internet. Das ist total super. Aber wir waren ja krank. Und irgendwer in diesem Haushalt hat über das Tablet Filme gestreamt und nicht aufgepasst. Und über super, full, mega HD ein paar Tage lang Filme geguckt. Und es ist das erste Mal, wobei das ist das zweite Mal innerhalb von zwei oder drei Jahren, dass diese 250 Gigabyte nicht gereicht haben. Und ich habe jetzt die ganze letzte Rechnungswoche kein laufendes Internet. Das heißt, Etsy-Abwicklung und YouTube-Videos hochladen mache ich alles über meine mobilen Daten, über mein Handy-Hotspot. Und dementsprechend spiele ich jetzt die ganze erste Mai-Woche fast nichts, weil ich einfach... Wobei am Wochenende habe ich wieder Internet. Aber ich habe... Ich habe quasi... Ich brauche mein Guthaben, um die Etsy-Abrechnung zu machen. Und um Videos hochzuladen. Dementsprechend, ja... Ich glaube, die realen Einnahmen werden jetzt in der ersten Mai-Woche noch dramatischer sinken. Aber ich werde wahrscheinlich Auszahlungen haben. Ja, Adapol lasse ich mir einmal im Monat auszahlen. Und das waren 6,55 Euro. Lange Rede, kurzer Sinn. So, kommen wir zu den fantastischen Etsy-Einnahmen. Ich habe euch übrigens was Falsches erzählt letzte Woche. Da habe ich gesagt, das hier ist Brutto. Nein, das ist Netto. Das ist tatsächlich das, was ich in der Woche Netto verdient habe. Da hat Etsy schon seine 25% eingezogen. Jetzt sind es nur noch 22%. Also wir optimieren Etsy immer mehr. Am Anfang war quasi ein Drittel meines Bruttoeinkommens ging an Etsy. Jetzt sind es nur noch 22%. Und... Aber das ist quasi schon das Netto, was ich die Woche verdient habe. Und das waren jetzt in der letzten April-Woche 791,28 Euro. Krass. Ich staune auch wirklich täglich. Ich staune täglich, wenn ich bei Etsy reingucke und sehe, dass ich 20 Bestellungen habe. Es ist doch verrückt. Und... Reale Auszahlungen waren diesmal höher als die Einnahmen. Aber die hinken ja immer ein bisschen hinterher. Und ich hatte ja quasi hier schon das verdient und nur das ausgezahlt bekommen. Und ich denke mal, das wird jetzt halt immer so ein paar Tage später gelaufen sein. Und ich glaube, der Sonntag ist immer da... Ach, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall waren es 794,00 Euro. Ich kann euch nicht 100% erklären, wie das zustande kommt. Also offiziell weiß ich... Offiziell... Nee, ich habe versucht, das rauszufinden. Also ich bekomme auf jeden Fall nicht ganz das ausgezahlt, was ich eingenommen habe. Aber dieses Monat waren es irgendwie mehr. Genau. Und YouTube ist jetzt Montag bis Samstag 5,55 Euro. Auf meinem großen Kanal lade ich gerade keine Videos hoch. Durch krankheitsbedingt konnte ich nicht so viel reden. Und verdiente da jetzt halt nicht mehr 1,00 Euro pro Tag. Sondern es ist ganz schön abgestürzt. So. Und real habe ich darüber nichts bekommen. Was ich vergessen habe... Ich hatte tatsächlich theoretische Einnahmen bei Amazon über die Affiliate Links. Und zwar 1,42 Euro. Aber ich knall das jetzt nicht unten drunter. Weil es sind sowieso nur theoretische Einnahmen. Ich glaube, das können wir verkraften. Also ja. Und das ändert sozusagen an dem, was ich tatsächlich bekommen habe. Nichts. Genau. Also ohne Amazon waren es 808,01 Euro. Mit Amazon wären es 809,43 Euro gewesen. Und ausgezahlt bekommen habe ich 801,38 Euro. Und da ist quasi mein Arbeitsmaterial für Etsy nicht drin. Ich habe mir das offen gelassen. Ich weiß noch nicht, wie hoch mein tatsächlicher Verdienst ist. Auch wenn ich jetzt den Monatsrückblick gleich drehe. Ich möchte das quasi mit euch zusammen herausfinden, wie mein Plus für den Monat ist. Ich glaube, es gibt eins, weil ich ja noch ein paar andere zusätzliche Einnahmen hatte. Aber ja. Bombastisch. Einfach nur von bombastisch. Das hier macht mir ein bisschen Angst manchmal. Aber das ist einfach nur bombastisch. Genau. Das ist das, wie der Monat gelaufen ist. Und jetzt kümmern wir uns endlich mal um unser Gespare. Das ist ja das, was am meisten Spaß macht. So, ich habe jetzt alle Challenges aufgeschrieben, weil ich nämlich hier einfach auf dieser Seite Platz hatte. Im nächsten Monat mache ich das ja ein bisschen anders. Die Oster-Challenge. Da haben wir ja jetzt nichts eingezahlt, weil Ostern ist vorbei. Da können wir aber trotzdem noch die aktuelle Summe reinschreiben. Und zwar sind das 24,10 Euro. Lese-Challenge. Ich habe zwei Bücher gelesen. Deswegen schreibe ich jetzt hier mal 10 Euro hin. Und damit ich das nicht vergesse, wo ist denn mein Geld? Ich bin manchmal beim Drehen so ein bisschen all over the place. Ach ja, irgendwas hat er nicht hingehauen. Was war denn das? Ich habe das mir doch hier gestern aufgeschrieben. Ich glaube, das war Kleidung. Ja, genau. 74 Euro. Und dann habe ich 100 Euro dazu gerechnet jetzt für meinen Cashstuffing Mai. und habe plötzlich 175 Euro draus gemacht. Das können wir mal gleich noch machen. Interessanterweise stimmt es hier drin. Ha, 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 ha. So, sehr gut. Schön. Schön. Gut, da hat es bloß hier nicht gestimmt. So, zurück zum Thema. Was haben wir gerade gemacht? Deswegen habe ich ihn jetzt 10 Euro noch hat. Lese-Challenge. Ui, 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 ui. So, heute ist jetzt schon der dritte. Wie mache ich denn das am besten hier? Ach, ich glaube, ich wollte das immer ohne euch reinschreiben, ne? Genau, wir wollten ja ein bisschen Zeit sparen. Wir wollten ja ein bisschen Zeit und Energie sparen. Also, Lese-Challenge. 10 Euro. Und das schreibe ich dann auch wieder ohne euch hin. Genau, kriege ich hin. Also, Lese-Challenge. Habe ich jetzt jetzt 10 Euro rein. Konzentration. Konzentration. Es geht schon wieder los. So, aber wir hatten ja hier 9 Euro. Dementsprechend können wir ja schon mal reinschreiben. Ja, jetzt schreibt sie eine 18 hin. Ich weiß nicht, warum mir immer sowas passiert. 19 Euro, 56. So, Fitness-Challenge ist exakt nichts passiert. Ich hatte keinen einzigen Tag über die 10.000 Schritte. Es lag aber immer noch daran, dass ich quasi krank im Bett lag. Und Abnehmen ist auch nichts passiert. Ich habe mich heute Morgen mal gewogen. Ich habe sogar ein Kilo zu genommen. Lag aber auch daran, dass ich mich jetzt zweieinhalb Wochen quasi nicht bewegt habe. Aber ich gehe demnächst wieder in die Schule. Und da schaffe ich auch meine 10.000 Schritte. Teilweise übrigens nur in meiner Schulzeit. Daher war ich noch nicht spazieren. So, 52-Wochen-Challenge. Was habe ich mir da überlegt? Würde ich da viel Geld reintun? Ne, ich glaube, ich würfel erst mal. Und gucke dann, wie teuer der Monat geworden ist. So, zuerst wollte ich euch mal noch meine neue Challenge zeigen. Ich habe nämlich bei der lieben Budget Birdie bestellt. Und freut mich total. Nämlich ihr Two Dice Spiel. Und das hat sie in zwei Ausführungen. Nämlich einmal quasi die teurere Variante und einmal die billigere. Und ich habe mich für die mit den teureren Beträgen entschieden. Weil das soll ja mein Techniktopf werden. Und ich möchte mir irgendwann eine neue Kamera kaufen. Total schön. Und vor allem richtig schön finde ich diese Würfel. Weil die haben so eine richtig satte Farbe. Also ich habe mich da total, total verliebt in diese wunderschönen Würfel. Deswegen wird ab sofort mit diesen Würfeln gewürfelt. Genau. Und dazu gab es dann hier noch so ein Tracker-Sheet. Auch hier in dieser wundervollen. Also genau wie das Spiel ist, beides mal marmoriert. Herrlich. Gab es noch ein paar süße Sticker dazu. Und halt diese schönen Würfel. Alles niedlich verpackt. Ich habe auch noch eine süße Message von ihr bekommen. Freut mich sehr. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal und ihren Etsy-Shop in der Infobox. Und falls du das guckst, vielen lieben Dank für das schöne Päckchen. Ich habe mich sehr gefreut. Und kann das Spiel jetzt, wo ich es euch gezeigt habe. Oh nein, hier habe ich das geknickt. Ich glaube, ich war ja gerade mit meinem Elmbogen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Mensch, da habe ich gestern erst mein Kindle kaputt gemacht. Mit einer ähnlichen Methode übrigens. So, wo kommt denn das hin? Genau, zu Big Run. Weil, ah, beides ist Technik-Topf. Ich muss dann quasi noch ein ZD machen mit Two Dice. So. Und das ist ja die Reihenfolge, wie ich es gekauft habe. Und wir spielen jetzt. So, ich kann noch ein bisschen was sehen. Boah, da freue ich mich echt immer schon die ganze Woche drauf. Also, wir nehmen den Lilan-Würfel. So. Jetzt kam mir wieder eine Katze dazwischen. Ich würfel eine, zwei. Und hier steht Stop, würfel und gehe rückwärts. Und jetzt würfeln wir ein Eins. Und da haben wir hier dieses Würfelsymbol. Ganz schön zu tun heute. Und hier steht Würfel und sprache die doppelte Augenzahl. Dann bin ich mal gespannt. Eine Fünf. Heißt das, ich muss jetzt 10 Euro sparen? Ach, du Scheiße. Gut, wir schreiben hier erstmal bei der Money Street 10 Euro hin. So, und das ist ja mein Luxustopf. 10 Euro. Tu mal rein. Eieieiei. Eieiei. Das war ja jetzt so nicht geplant. Ich sage ja, für die 52 Wochen Challenge bleibt nicht mehr so viel übrig. Diesmal nehmen wir auch den blauen Würfel. Oh, nein. Könnt ihr das sehen? Ne, ihr könnt es nicht sehen. Müssen. Ne, 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 ne. Gut, und wir sind hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Spach, 15 Euro. Ich sage ja, für die Money Street bleibt nichts. Also 10 und 15. Und ich habe die falsche Reihenfolge. Ach, ich habe es ja falsch aufgeschrieben, ne. So, also bei den Piraten gehen 15 Euro rein. Und das ist ja unser Urlaubs- bzw. Ausflugssportopf. Und ich hoffe ja, ihn ständig, dass wir jetzt im... Hier steht es auch, Freizeit und Ausflüge, dass wir jetzt im Mai tatsächlich auch mal einen Ausflug machen. Ich würde mal sagen, genug Geld ist hier mittlerweile drin. Und nachrechnen tue ich das dann ohne euch, dass ja diese Videos nicht immer 35 Minuten lang werden. Für das Drachengold, meine eigene Challenge, steht es übrigens schon innerhalb von zwei Wochen, anderthalb, zwei Wochen, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall schon 90 Mal gekauft worden ist. Vielen lieben Dank, ich hoffe alle, die es bestellt haben, sind zufrieden. Ich drehe jetzt übrigens auch noch die Verlosung für meine 500 Abonnenten und da gibt es auch einmal das Spiel zu gewinnen. Machen wir aber gleich. Wenn alles klappt, kommt dieses Video am Mittwoch und die Verlosung am Freitag. Vielleicht vertausche ich beides aber noch, ich bin mir da irgendwie noch nicht so 100% sicher. Das kommt drauf an, wie viel Energie ich heute habe, weil ich nämlich irgendwie immer noch ein bisschen verschnupft bin. Und das Verlosungsvideo ist einfach schneller zu schneiden als das hier. So, wir haben eine 3 gewürfelt und wir waren hier. Zoome ich euch mal rein, weil bei mir ist die Schrift wirklich sehr klein. 1, 2, 3. Spar 7 Euro. Und kein Ereignisfeld, ich hätte ja gerne ein Ereignisfeld gehabt. Gott, geben wir heute viel Geld aus. So, Drachengold, 7 Euro. Das ist mein Geschenketopf. Das passt also ganz gut. Und jetzt kommen die 2 Techniktöpfe, Big Run und dann 2 Dice. Und ich glaube, jetzt muss man wieder mit Blau würfeln. Eine 6. So, und jetzt müssen wir den Magnet festhalten, weil der Herzmagnet ist nicht stark genug. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier steht, spare 20 Euro. Ach du Scheiße. Ist grundsätzlich nicht schlimm, aber meine 52-Wochen-Challenge sinkt dadurch ins Unermessliche. So, also, 20 Euro und den Techniktopf. Das Gute ist, hier ist dann bald genug Geld drin, damit ich mir ein neues Handy kaufen kann. Oder den neuen Kinder, den ich mir kaputt gemacht habe. Ich sehe es aber gerade gar nicht ein, mir neuen Kinder zu kaufen. Also, hier haben wir 20 Euro und 2 Dice, was ich jetzt zum ersten Mal spiele. Ich freue mich drauf. Und zwar würfelt man hier mit 2 Würfeln. Und zwar in diesen 2 hübschen. Ich finde die wirklich so schön. Die haben eine ganz herrliche Farbe. Ah, ist es dieses Babyblau und so. Naja, wobei, in der Kamera ist es, glaube ich, heller als im Original. Aber die sind so richtig, so richtig satt. Also, ich muss sie, glaube ich, demnächst mal fragen, wo sie diese Würfel bestellt hat, weil die einfach so wunderschön sind. So, ich habe eine 1 und eine 2 gewürfelt. So, die 2 lila ist hier und die 1 blau ist hier. Und dann guckt man quasi, wo die sich treffen. Und da steht hier, spare 2 Euro. Wenigstens hier haben wir nicht so viel Geld ausgegeben. Also, eigentlich ist es ja mein Spargeld. So, 2 Euro. Und dann tun wir das jetzt auch noch in den Techniktopf. Wobei ich ja sagen muss, der Techniktopf, das ist ja jetzt hier Bargeld. Und eigentlich führe ich den Techniktopf ja auf ein Konto. So, von daher muss ich das dann demnächst unbedingt noch verrechnen, damit das hinhaut. Gut, jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld haben wir denn ausgegeben. Das sind bis jetzt 64 Euro. Da sind wir sogar noch im Rahmen. Ich würde sagen, wir machen irgendwas in die 20, oder? Oder wir machen es mal offiziell. Wir haben ja geplant. Ich habe für Sparchallenges eingestellt 200 Euro. Und aktuell müssten wir ausgegeben haben 193. Da machen wir vielleicht einfach sieben. Da machen wir vielleicht einfach sieben. Sieben Euro sind noch frei. Da machen wir das jetzt. Ich rechne jetzt gleich auch nochmal den Monatsabschluss durch. Das konnte ich ja noch nicht machen, weil mir hat jetzt quasi das gefehlt, was ich gerade mit euch drehe. Und da werdet ihr dann gleich sehen, ob meine Berechnung hingehauen hat. So, da hauen wir jetzt hier sieben Euro rein. Da schreibe ich auch noch sieben Euro hin. Schön. Ganz viel Geld gespart. Geld, was ich hoffentlich auch habe. Genau, Monatsrückblick müsste am Sonntag kommen. Und da werdet ihr dann sehen, ob ich richtig gerechnet habe. Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Hier, das macht mir halt noch so ein bisschen Sorgen. Aber ja, mal gucken, wie die nächsten Monate aussehen. Zur Zeit ist alles ein bisschen spannend. Und nicht immer planbar durch diese EC-Geschichte. Genau. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt alles. Und ich bin doch wieder bei 29 Minuten. So, 71 Euro. W4. Also die vierte Woche für April, Mai wollte ich schon sagen. Wo ist mein Lineal? Ja. Ich bin zufrieden. So, und da haben wir für Sparschallenges jetzt die 200 Euro ausgegeben, die ich quasi am Anfang des Monats geplant hatte. Ich glaube, so haut das ganz gut hin. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und es sind auf jeden Fall 2,20 Euro in den Techniktopf gelandet. Ich glaube, das ist gut. Ich bin zufrieden. Ich hoffe ihr auch. Und ja, ist, ähm, wie ist es bei euch? Ich habe immer das Gefühl, dass die letzte Woche bei mir relativ billig ist. Also wie gesagt, jetzt für diese Etsy, für Arbeitsmaterial habe ich sehr viel Geld ausgegeben. Aber bei den anderen Punkten sieht man halt, ich bin immer sparsamer geworden. Ich glaube, die erste Woche des Monats ist bei mir mal richtig teuer. Und dann wird es nach und nach billiger. Genau. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich mir heute ein, die Sonne scheint. Ich wünsche mir heute ein gelbes Herz oder ein orangefarbenes. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen herrlichen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.